Regeln für Minecraft Link. Erste Regel, sei kein Arsch. Töte nicht random, klau keine Sachen, mach nichts mutwillig kaputt. Sei gerne aktiv. Bleib ein netter Mensch und baue nicht zu viel Kacke. Eine sehr wichtige Regel, die Todesregel. Wenn ein Spieler stirbt, hat er unverzüglich nach seinem Tode den Server zu verlassen. Grundlegend gilt ab dann eine 30-minütige Gesperrfress für das Betreten des Servers. Es sei denn, ein Mitspieler nimmt den Grabstein des verschorbenen Spielers, sowie dessen Todesnotiz aus dem Grabstein und bringt diesen dann auf den Friedhof. Wöchentliche Challenges sind Teil des Projekts. Und die wichtigste Regel ist natürlich, habt Spaß und das war's. Und jetzt ganz viel Spaß mit Minecraft Link. Haha. Oh nein! Unsere ganzen Kuchen sind hingefallen. Dabei wollten wir doch Kuchen ausliefern gehen. Oh nein! Und nach Teilen! Oh nein! Guck mal, Alter, wer ist denn den Planwagen gefahren? Simon, hast du etwa getrunken? Das Rad ist abgebrochen. Ich hab keinen Führerschein. Wer hat deinen letzten 10 Führerschein gemacht? Dizzy, warst du das etwa? Ja! Mein Führerschein warst du das etwa? Leipzig. Unangenehm. Was ist das? Leipzig? Herzlich willkommen zur ersten Folge von Minecraft Link. Ich würde sagen, nach diesem unglaublich tollen Rollspiel, stellt sich das mal jeder vor. Ja, ich bin Tobi, ich bin 19 und ich bin hier, weil ich heute... Nächster! Hallo, ich bin Rüdiger und ich mag keinen Kuchen. Kras. Oh, Mann. Und das war die Gruppe. Freunde, Samstag, 27.10.18 Uhr, Promo-Peter Sack, schaltet den Rewe 12-Stunden-Stream ein. Der wirkt nicht nur geil, sondern auch super. Samstag, 27. ab 18 Uhr, 12-Stunden-Stream auf Twitch. Kommt vorbei! Okay, okay, also ich glaube, ja, mit dabei sind noch unter anderem Stegi, Rotpilz-Taddel, Sturmwaffel, Adi und ich, genau. Und Mo, und Mo. Ja, Entschuldigung. Leute, ähm, passt mal auf. Ich würde sagen, weil unser Planwagen jetzt kaputt ist, esst so viel Kuchen, wie ihr könnt. Ich würde sagen, wir rennen einfach mal hier vorne in die Richtung. Und gucken erst mal. Ja, hier. In welche Richtung? Ja, hier. Kommt doch mal hinter mir her. Und warum in die Richtung? Warum? Ja, warum hier jetzt? Digga, weil da vorne, da vorne ist halt ein Turm und es ist halt geil, weißt du? Ist der Jokobo? Ja, also, okay. Ich wäre echt vorsichtig mit Fallschaden, denn, meine Freunde, wir haben eine Todesregel. Und wenn man stirbt, dann kann es echt kritisch werden. Denn wenn man tot ist, muss man wiederbelebt werden. Und, ja, das dauert halt ein bisschen Zeit. Sonst hat man eine dreistminütige Sperrfrist. Richtig. Aber jetzt stirbt es man für immer tot. Oh Gott, hier sind Schlangen. Hier sind Schlangen. Was? Oh, nee, nee. Oh mein Gott, unten noch ein Riese. Oh, ein Elefant. Oh, wie war das? Schoko-Boot. Ein Riese? Ein Riese, ey, das ist eine Schlange, Junge. Kann man Elefanten ziehen? Weiß jetzt nicht, ob Elefanten dafür gemacht sind, Dizzy. Ich will auf einem reiten. Ja. Mit den Knechten und mir zu einem. Oh, Alter, das geht noch hier ab. Oh, guck mal hier, Blumenwiese. Ja. Ist ja iklar. Hä, ist doch voll schön. Alle rennen hier erstmal rummachen, alle Blumen kaputten. Felix, ich seh das, was du machst. Ähm, ähm. Coachella, sagt der. Wow, das ist echt wunderschön. Lass uns hier in unsere Stadt bauen. Oh, wie schön. Hier sind noch richtig viele. Warte mal, hier vorne sind Pferde. Hier ist noch, glaube ich, ein Turm. Klar. Wir werden uns einfach hier so ein bisschen umgucken und einfach Gruppen bilden und dann schon mal halt eine Gruppe sammelt. Ja, wollen wir, wollen wir. Ja, können wir machen, können wir machen. Eine Gruppe sammelt Essen und eine Gruppe schaut schon mal vielleicht im Friedhof, falls irgendjemand sterben sollte. Oh mein Gott. Okay. Ich hab gewonnen. Okay, das machen? Okay, pass auf. Dann, guck mal hier, genau. Das hier, das hier ist so ungefähr, würde ich sagen, der Platz für den Friedhof. Und Dizzy, wenn du ein Blumenfeld bauen willst, kannst du ja immer noch darüber gehen, weißt? Ey, waren bei euch so viele Pferde und so. Oh, ich seh euch. Pass mal auf, da vorne ist auch noch ein Turm. Geht nicht darüber zur Kiste. Ich froh immer gleich. Denkt dran, wer, wer stirbt, ist tot, ne? Ist die Regel. Die wollen direkt weg. Pass auf, dann lass uns jetzt von hier aus doch Gruppen bilden. Wer geht mit wem? Hier, wo diese Blumen sind, kommt der Friedhof einfach hin, würde ich sagen. Ich mach nur schon so eine kranke Spitzsacke. Ja, hä? Ich mach nur schon so eine kranke Spitzsacke. Hä, woher? Hä? Ich bring den um, ich bring den um. Nein. Okay, wer geht mit wem? Ja, ich bin hier gerade bei Sturmwaffel. Stege kommt doch noch zu uns. Oh, hallo. Ach so, ein Zufall. Okay, dann geh ich mit Rotpils und Tobi. Ich geh schon mal einen Channel nach unten. Tobi und Rotpils und ich würden Materialien fahren. Okay, Jungs. So. Okay, pass mal auf. Nice, nice, nice. Da ist auf jeden Fall schon mal einen richtig guten Platz gefunden. Hier vorne brennt irgendwas, warte mal. Nicht so geil. Komm mal, komm mal mit mir. Achtung, die Waschbänden, die können mega aggressiv sein, ne? Die Waschbänden sind richtige Penner. Ihr müsst aufpassen mit den Pferden, die können auch zutreten und sowas, ne? Echt jetzt? Okay, warte mal. Jungs. Ja. Am Friedhof steht jetzt ein kleines Ding, wo man schlafen kann. Also da ist jetzt schon mal ein Bett. Wir haben schon mal ein Bett hängen gebaut. Nutz das bitte. Ah, Zombie. Geht alle zum Friedhof und da könnt ihr schon mal pennen. Da ist schon mal ein Bett zum pennen. Und wie ist euch alles? Hallo, also, dass ihr Bescheid wisst. Okay, tschüss. Okay, gut. Wir haben schon mal Spawn Point gesetzt. Jetzt ist nice. Jetzt haben wir auf jeden Fall hier vorne schon mal einen Friedhof. Ich drück die ganze Zeit eh von Fortnite fürs Looten. Okay, passt mal auf. Lasst mal schauen, was hier noch so in der Nähe ist. Hier vorne brennt irgendwas. Hier vorne ist ein Elefant. Vorsichtig. Bären, Felix, Bären. Hä? Was? Kommen die? Weiß nicht. Ich glaube, die werden so aggressiv, oder? Dann brauchen wir nicht mal die angehalten. Felix, Digga, mach mal keinen Müll. Mach mal keinen Müll, Felix. Pass auf, die machen auch übelst Damage. Nee, die tun mir nichts soweit. Nicht? Okay, okay. Dann sind die noch friedlich, solange du halt nichts machst. Ich glaube, ich schlage jetzt mal einen Bären, weil sonst wird das Ganze halt ziemlich langweilig gehen. Felix, komm mal kurz her zu mir. Kurz bauen. Oh, er kommt. Oh, der Bär kommt. Geht's ernsthaft? Ja, ja. Oh, hör auf, Alter. Oh, der greift nicht an. Ich glaube ja, ne? Ja, ich auch. Wo seid ihr gerade? Ich baue mal hier vorne irgendwie am besten einen kleinen Ofen. Wo bist du? Ah, hier unten ist es. Oh, hier sind Zombies. Lass mal irgendwie runter oder so, oder? Wollen wir uns einen kleinen Stütz? Warte, hier ist eine Höhle. Hier ist eine Höhle. Jungs, Jungs, ich baue gerade einen Ofen, damit wir ein bisschen was zum Essen haben. Ey, wir kommen hier zur Höhle. Guck mal. Oh Gott, hier ist ein Creeper. Nein, 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 nein. Pass auf, pass auf. Alter. Felix, komm mal wieder her mit der Kohle. Jo, ich komme. Wir sollten uns irgendwo einbauen, schnell. Oh, oh, oh. Wegen Monstern und so. Aber ab und da ist ein Zoll. Oh, Zombie, hallo. Oh, mein Gott. Boah, Alter. Oh, mein Gott, Junge. Ich hätte keinen Bock, das direkt Todessperre zu bekommen. Ich habe hier oben zu. 21 Schweinefleisch, alle 21 Schweinefleisch haben wir jetzt. Okay, packen wir es da rein. Will einer nochmal schnell rausgehen, Holz holen. Ich glaube sogar, ich habe eben irgendwo am Weg hierhin ein Village gesehen. Da könnten wir auf jeden Fall mal gucken nach Karotten und so was. Ja, okay, easy, entspannt. Ich bin ja gespannt, ob jetzt einer steht in der ersten Folge. Ja, bis dato glaube ich noch nicht. Hier ist eine Höhle bei mir. Wo? Ich habe eine Höhle gefunden. Oh, eine Ratte, eine Ratte, eine Ratte, eine Ratte. Okay. Ja, die sind ein bisschen dangerous. Totplatschen. Die vergiften einen, die vergiften einen. Au, au, au. Die darf die nicht treffen. Die stark, die stark. Oh, Lootback. Leute, ich habe kein Essen. Warte, ich gehe mal zurück zum Ofen. Oh mein Gott, Eisenchestplates. Ja, moin. Alter. Ich habe eine Goldhose, glaube ich, oder? Oh mein Gott, Spinne, Spinne, Spinne bei mir. Ich brauche Hilfe. Pass auf, pass auf. Ich bin jetzt nicht da bei dir. Felix. Warte, ich komme. Okay, die hatte nur noch 1 HP irgendwie. Ich weiß es nicht so. Hier ein Modpack. Hier sind Pilze. Clashroom. Okay. Hier ist ein Eingang in die Höhle. Ich bin in die andere Richtung. Oh, shit, Leute, da oben steht ein Feuerooger. Oh, Bruder, die muss los. Warte, warte mal. Hast du es gerade gehört? Was ist da? Ich höre es immer noch. Da war so ein... Okay, dann ist da auch ein Oger. Da ist da auch ein Oger. Warte mal. Boah, alter Rip, ich gehe nicht raus. Der ist aber ganz schön nahe hier. Das ist der, das ist der, das ist der, glaube ich. Hier neben uns. Willst du mich doch flachsen, oder? Digga, war das laut. Wehrwolf. Das ist immer nur ein Wehrwolf. Ja, der Oger ist direkt über uns, Jungs. Rip. Anderer Ausgang? Ja, ja. Also, warte mal. Ist der hier draußen jetzt, oder was? Ja, scheinbar. Soll ich mal kurz aufmachen? Ich mache mal kurz auf, ja? Uh, ist der da? Ist der da echt? Digga, das ist so riskant, bro. Das ist so riskant. Oh, ich habe aufgemacht hier. Nein, no risk, no fun. Warte, der ist direkt hier über mir. Warte. Oh, oh. Digga, er ist so laut. Er steht hier, er steht hier. Warte, sollen wir ihn schlagen? Wollen wir wirklich? Was kann denn alles? Ja, das YOLO machen, oder? Ne, 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 so fällt der rein, so fällt der rein, so fällt der hier rein. Nein, nein, ich mache hier bloß ein Loch. Das ist das Loch quasi, wo man ihn durchschlagen kann. Soll ich mal machen? Ja, mach mal. Boah, Alter. Oh. Boah. Lauf dir die Höhle, lauf dir die Höhle. Lauf dir die Höhle. Da kann er alles explodieren lassen. Alter. Nein, wir gehen da nicht mehr hin. Digga, der ist voll aggressiv. Ist das Tag? Wie viel Schaden hat er denn bekommen? Ne, ist absolut nicht Tag. Wie viel Schaden hat er denn bekommen? Ich glaube, zwei, drei Herzen oder so. Digga, warte mal. Wow. Der Ball hat uns bestimmt was Geiles. Stimmt, wir können es ja wiederbeleben. Aber du müsstest jetzt zum Freethop, oder? Aber der müsste ja schon fertig sein, theoretisch. Wie mutig bist du, Tobi? Also, ich bin schon mutig. Aber das Problem ist, dass die Skelette und Spinnen auch noch draußen sind. Okay, Bro, pass auf. Ich habe eine Idee. Geh hin und batch den ein und ich crafte schon mal vorsorglichen Grafstein für dich, okay? Ich habe schon einen Grafstein gecraftet, Digga. Ich wäre soweit ready. Okay, der ist da vorne. Der ist da vorne. Der guckt mich an. Soll ich einfach angreifen? Soll ich zusammen? Also, pull am besten nicht die Bären, ne? Nicht, wenn er diesen Umgebungsschaden auf die Bären macht. Nicht, dass die auch aggro auf dich werden, ne? Soll ich einfach? Könnten wir zusammen ja schon schaffen. Oh nein, ich habe den Grafstein gesetzt. Fuck, ich muss einen neuen. Oh, er kommt. Oh, Digga, du hast nichts mehr erlebt. Okay, den Lootback teilen wir uns. Was da drin? Zeig mal. Ein Hexenhut, ein goldener Apfel und zwei Musikbecken. Kann ich den Hexenhut haben? Nein. Kann ich den Hut haben? Bitte, bitte gib mir den Hut. Was macht der? Keine Ahnung, ich habe einen Hut. Ich habe einen Feuerstab machen, ja? Hast du dich noch einen Feuerooger gesehen oder war das der? Weiß nicht. Also, sollen wir nochmal raus? Sollen wir mal Yolo? Ja, komm, lass mal raus. Digga, wir haben gerade einen Feuerooger geklatscht. Was soll passieren? Ja, ich hatte einen eigenen Herzen oder so. Ein grüner war da noch irgendwo, Richtung Friedhofen stand der, genau da drüben. Oh mein Gott, oh mein Gott, Manticore. Ja, lass den umklatschen. Yolo. Der macht ja gar nichts. Oh, oh, Achtung. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Geist, Geist. Okay, der macht ja gar nichts. Hey, was machen die da vorne, Alter? Bauen die schon einen Feuerooger? Junge, das sieht kein bisschen aus wie ein Friedhof. Lass uns mal ein bisschen durch die Lande ziehen. Komm, wir ziehen ein bisschen weiter, wir ziehen ein bisschen weiter. Creeper, Tobi, Creeper, komm zu dir. Wo? Wo denn? Tobi, hinter dir, hinter dir. Wow, Digga. Digga, pass mal bitte auf, Kollege. Was soll ich denn machen? Alter, Waschbären klatschen. Ich bin so, ich bin grad voll auf... Waschbären geben auch Fell. Waschgeben auch Fell. Waschgeben, Waschmitte. Waschgeben, geben Fell. Geben Waschmitte. Nein, ich hab schon zwei Fälle. Wie viele Fälle hast du, Tobi? Sechs. Oh, ich bin random vergiftet. Von wo, Hilfe? Warte, hier ist eine Schlange, vielleicht... Packst du das? Nein, ich... Tobi, 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 wo bist du, wo bist du? Lauf, 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 lauf. Ich hab ein halbes Herz, Digga. Okay, entspann dich, entspann dich. Komm mal mit, komm mal mit, komm mal mit. Alles easy. Hier vorne, hier vorne, Felix, bist du hinter mir? Oh, Leute, ich sterb. Ich komm mal, ich komm mal, ich komm mal. Tobi. Wow, die Schlange. Boah, ist die Schlange. Mach mal nicht so, Digga, entspann dich doch mal. Warum willst du... Ich will Leaguebacks, Alter, ich bin so süchtig, natürlich. Ich hab eine Schlange. Das ist wie Glücksspiel, Alter. Okay, komm mal mit mir. Hier muss irgendwo noch, hier muss doch irgendwo noch irgendwas sein. Das kann nicht sein. Wieso nimmst du die Hexiklesen, das nicht mit? Hä, weiß nicht. Oh, warte, was ist das denn hier? Kann man da nicht so Stäbe oder sowas draus machen? Oh, ein Tiger, lass den fetzen. Guck mal. Tobi. Oh, der macht Schaden. Tobi. Ich hab ein Herz, ich hab ein Herz, der macht Schaden. Warum greifst du den denn dann an? Entspann dich doch mal an. Er macht nichts mehr, er macht nichts mehr. Ist der auf Agro auf mich? Nee, auf mich ist der nicht Agro. Komm, lass den um. Nein, Junge, Tobi, Digga. Okay, wir müssen den Tiger betrücken. Felix, wir müssen den Tiger betrücken. Alter, ist der stark. Wir müssen ihn klatschen, wir müssen ihn klatschen. Felix, der ist low, der ist low, der ist low. Okay, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Oh nein, Tobi, Junge, ist das dein Ernst, Digga? Du hast das Essenheim geworfen, auf einmal geht der auf mich los. Ich hab einen Eisenhelm bekommen, immerhin. Du, wie gesagt, das Essen ist nicht zu mir geworfen, sondern zu einem Tiger. War sicher nicht. Aber gib mir mal ein bisschen Rüstung, Alter. Nee, das ist meiner, Felix, ich geb dir meinen Hut. Ja, okay, immerhin, Alter. Aber wobei, nee, ich will meinen Hut behalten. Hier, nehmt den Eisenhelm. Wollte mal grad sagen, Alter. Leute. Okay, wir müssen dich jetzt wiederbeleben, ne? Pass auf, jetzt. Du bist ja echt ein blöder Tiger gewesen. Warte, jetzt müssen wir, jetzt müssen wir kurz zum Flughafen. Ach, zum Flughafen. Was? Zum Friedhof. Und wir bauen den ersten Grabstand dahin. Alter, Tobi, Digga, du bist der Erste, der im Projekt gestorben ist. Ja, uh. Respect that, bro, respect that, auf jeden Fall. Aber es war deine Schuld. Hä, na, Junge, ist der der Einzige? Ja, du bist der Einzige, der jetzt gestorben ist. Ich glaub wirklich, ja. Hallo? Okay, wir werden jetzt die erste Zeremonie durchführen. Es war nicht meine Schuld. Die Reinkarnation. Oder ist das hier erstmal der kleine Friedhofsbereich, wo man erstmal, Leute... Das ist erstmal nur der kleine Friedhof provisorisches, wenn ich schon mal benutzen kann. Kann ich hier noch irgendwie so... Ah, okay. Es ist Cation. Wann bist du gestorben? 21.10.2018. Okay, T? Ja? Bist du jetzt so eine Art Friedhofsmeister, so ein Gruftedut? Oh ja, oh ja, gerne. Okay, dann musst du jetzt auch eine Rede halten. Oh nee, Mann, ich bin einfach nur der, der die Leichen verbuddelt. Okay. Einfach steigen euch zu kurz. Dizzy, du? Ich war nicht dabei. Einer von euch muss... Er war ein guter Mann. Ein guter Mann, der in den Kampf gestorben ist mit einem Tiger. Er war ein guter Mann. Super. Und der hat einen Kampf mit dem Tiger. Ich hab so viele dämliche Sachen. Da haben Blumen brauch ich nicht, Seeds brauch ich nicht. Ich brauch jetzt kurz einen Schlangen-Schliff-Ding. Ich hab auch eins. Warte, ich mach mit, ich mach mit. Warte, leg hier. Man muss es nämlich mit Facken warm machen. Die wollen nicht schlüpfen. Mein Ei ist weg. Dieser Hut, den ich anhab' ist so dumm. Das ist das Geschenk von mir. Tut mir leid, ich freu mich da so drüber, mein ich. Junge, hast du auch noch andere Sachen vor? Nein, hey. Hab ich nicht. Mann, das wäre fast geschlüpft. Hey, jetzt ist es weg, oder? Nein, hast du es jetzt echt weggemacht? Ich glaube, es ist unsichtbar jetzt. Gib jetzt bitte mein Ei. Ich hab es nicht mehr. Gib jetzt mein Ei her. Ich hab es nicht mehr. Hä? Ich töte dich, wenn du mir nicht mehr einst. Tobi. Scheiße nicht. Hier, ich hab für dich. Hallo, ey. Ich hab für dich ein Eisenschwerd. Aber bring mich bitte nicht um. Ja, aber ich hab das Ei nicht mehr. Ich hab das Ei nicht mehr. Du hast meine Schlange getötet. Hab ich nicht. Jetzt entspann dich doch mal. Das ist echt nicht cool. Ja. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Okay, wollen wir weiterhasseln? Ich hab noch zwei Eisen für dich. Hab ich schon. Oh, noch eins. Ich esse jetzt einen goldenen Apfel. Junge, wie schnell hast du es rausgeklickt? Das Eisen. Du Kirlarfen, Alter. Halt mal auf jetzt. Ich brauch das. Ich hab wie so ein Mongo die ganze Zeit so geklickt. Hallo. Ich brauch nur noch eins. Hört da jetzt mal auf. Komm, Tobi, komm. Ich mach sogar Links-Click-Spam. Komm, komm, komm. Ich hab's, ich hab's. Hä? Ich hab die XP bekommen. Ich hab die XP bekommen. Felix, gib das Eisenschwerd. Ich bring dich um, wirklich. Hallo. Mein Hut sieht so sch*** aus. Guck mal, mein Hut schwebt. Warte, gib den mal. Das ist meine. Warte, geh mal mit der Maus drüber. Da stand irgendwas. Oh, bist du. Freundchen. Freundchen. Oh, hier ist ein Dungeon vorne links. Ja, sollen wir hin? Ja, Mann, wir machen den. Ja, komm. For real? Ich halte mich ein bisschen zurück. Wir können euch wiederbeleben. Okay, lass uns hier vorne das Dungeon-Click. Aber oh, der Golem ist aber stark, ne? Da oben. Oh, stimmt, Digga. Den müssen wir eigentlich runterbatchen. Ist da ein Golem drin? Ja, ganz oben. Ja, ganz oben. Der explodiert und dann geht's los. Hier ist Kirli. Okay, dann lass mal. Oh, oben sind Skelette anscheinend, ne? Oh, nein, hier ist ein verzauberter Skelett, Leute. Oh, pass auf, Trubi. Ja, ich bin hier unten. Ich geh nicht mehr vor. Das war dumm. Geht mal ihr vor. Okay, Yolo. Packen bringen hier nichts. Ich glaub, die spawnen trotzdem, oder? Oder bringen das was? Die spawnen da kaputt. Boah. Achtung, hier ist noch ein Skelett. Das weiter ist weg. Wir müssen das krasse kaputt machen. Alter, okay. Wo ist das krasse? Hier. Digga, was macht das? Was hat das? Boah, ist das stark. Warte. Allee. Ist down, ist down. Digga, wir müssen echt aufpassen. Der Golem, der kann nicht mit der Explosion, glaub ich, onehinten, ne? Okay, lass vorsichtig sein. Was ist mal immer safe, hier auf den Boden zu machen? Ich könnte hier unten so ein Wasser-Ding, dass wir runterjumpen können. Ja, mach mal, mach mal. Oh, ja, mach das. Okay, Sau, hier sind Cave Spiders, das ist richtig eklig. Das ist da auf der Seite, wo wir reingekommen sind. Ja, genau. Okay, ich hab die spawner in der nächsten Plage weg, ne? Die sind richtig stark. Männer wie wir. Die haben einen guten Tag. Männer wie wir. Männer wie wir. Männer wie wir. Ja, das ist so ein Wasser. Ja. Da kommt ein krasser Zombie runter. Jetzt vorsichtig, Leute. Alter, hier ist so viel. Alter, oh! Wow, 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 wow. Yo, yo, chill, geht ins Wasser. Ihr müsst diesen OP-Zombie töten. Hier ist noch dieser OP. Er ist tot, er ist tot. Boah, Alter. Ich hab einen Rückback bekommen. Warte, mach mal auf. Eisenschuhe, Kompass und Steinaxt. Sehr schön, Digga. Okay, lass ihn wieder hoch, weil jetzt alles oben respawned ist. Boah, Junge. Ich hab nicht mehr so viel Essen. Oh mein Gott, oh mein Gott, OP-Spinne, OP-Spinne. Die hängen oben an der Decke. Achtung, die OP-Spinne. Nicht, dass die runterkommt und da ich klatsch. Oh, OP-Zombie. Oh, OP-Zombie. Mach spawner rein. Digga, Achtung, hier ist ein OP-Zombie. Der hat mich in ein Spinnennetz gemacht. Alter, Jungs, es wird so stark da oben. Ihr müsst so aufpassen. Ich hab eine Kartoffel bekommen. Alter, nice. Boah, ich wurde vergiftet. Ja, ja, Achtung, es ist der Zombie da. Der macht die ganze Zeit Spinnenweben. Da, da, weg, weg. Da, da, weg, weg. Ich würde nicht theoretisch runterboxen oder so. Nein, er ist tot, er ist tot. Lass ihn dir rausboxen, Tobi, einfach. Er ist tot, aber wir müssen aufpassen. Also, ich hab da mega wenig Leben. Das ist so. Ein Sattel? Nice, aber wir können ein Pferd machen dann. Also, nicht machen, sondern reiten. Wow, Digga. Oh, Achtung, hinter dir. Jungs, ich hab eine Iron Pickleys mit Efficiency und so. Aber Achtung, warte mal. Ich weiß nicht, wir haben noch ein paar Ebenen, aber trotzdem, wir müssen aufpassen, nicht, dass der Golem dann kommt. Boah, die kommen da alle runter, ey. Das ist so ekelhaft. Ich glaube, es sind nicht mehr so viele Ebenen. Achtung, Zombies kommen runter. Oh, nein, okay, Zombies. Achtung, Exhaust Lifestyle, Exhaust Lifestyle. Alter, der hat ja immer gar keinen Bock. Ich hab eine Kartoffel und eine Iron Hoe. Die Spawner sollten jetzt alle weg sein. Oh, nicht easy, nicht easy. Ist der schon da? Ist der schon da? Au. Hallo? Alter, ist der stark. Wir sind runtergegangen, Tobi. Tobi, komm, 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 komm. Geht weg, geht weg. Digga, das ist ein OP. Der ist verzaubert. Sollen wir runterspringen? Oh. Wir haben das größte Pech. Runter, runter, runter. Wir haben das größte. Oh. Ich bin da. Nein. Felix. Nein, ich bin einfach von der Explosion runtergeboxt worden. Nein, Bro. Digga, das war ein Verzauberter. Wir haben so viel Pech. Ich hab so viel Zeug dabei gehabt. Warte, warte. Kriegen wir den down? Den kriegen wir nicht down jetzt. Hä? Als ob? Ja. Der ist verzaubert, aber du weißt, wie stark der ist? Ganz ehrlich, wenn wir den Goldapfel essen, auch nicht, Tobi. Ja, das ist ein Verzauberter. Das ist diese OP-Zombies, das war, das ist ein OP-Golem. Nein, der war nicht verzaubert bei mir. Doch, doch. Ich schwör auf alles, was ich besitze. Okay, sollen wir nochmal hoch? Ja, ich weiß nicht, weil wenn wir jetzt beide sterben, dann ist es halt absolut Minus. Ja. Ich meine, wir können, aber... Okay, wollen wir ganz kurz die anderen Fragen, um die uns helfen? Hallo? Hallo. Habt ihr kurz Bock auf ein bisschen Action? Was für Action? So Dungeon-Clear-Action gegen OP-Golem mit Verzauberung. So eine Action. Werden wir da nicht alle? Also Rotpilz ist gerade gestorben, ja, aber... Ich hab keine Rüstung und so. Wir haben halt noch nichts gemacht, außer hier herumgebaut. Also, was sagt ihr? Wir haben gerade schon einen verloren. Sollen wir es nochmal machen oder nicht? Ich bin dir. Ja, wenn du willst, ja. Tobi kann auch noch mitkommen. Tobi ist auch noch mit dabei. Okay. Weil Simon hat eben auch schon einen Dungeon versucht. Aber nicht gestorben? Nicht gestorben, ne, ne, genau. Also wir hätten theoretisch jetzt hier... Ich hab eine Kartoffel zum Beispiel halt bekommen gerade. Deine Hülse mitmachen oder nicht? Ja. Ich nehm euch den mal ganz kurz weg, wenn das okay ist, ja? Jo, danke. Der ist halt wirklich verzaubert. Das war kein Witz. Was machen wir jetzt mit dem? Warte, ich belebe Felix jetzt wieder. Dann kann er kommen. Okay. Was ist der für eins? Der meinschwert mit 2,5. Was, Digga? Okay, damit kannst du den Mob oben holen. Da schaffen wir das. Du musst wirklich aufpassen. So. Nein, tut er nicht, Digga. Hast du eine Rüstung? Ganz ehrlich, lass mit allen zusammengehen. Warte mal. Hallo. Wir haben hinten einen Dungeon angefangen zu machen, okay? Das ist ultra schwer. Beim Dorf. Haben alles so geklärt. Egal was der droppt, wir machen halbe, halbe, Leute. Wie halbe, halbe? Wir sind mehr als zwei. Ja, wir teilen das. Wir teilen das. Simon steht auf jeden Fall schon mal ganz hinten. Dann mach ich aber nicht so viel. Warum muss ich denn... Ja, weil du schon komplett diamant bist. Hä, aber ich hatte Glück. Ich hab einfach nur Lootbags aufgesammelt von Panda-Bären und von... Oh mein Gott, hier ist irgendwas Unsichtbares. Das tötet mich. Hilfe. Was? Nein. Hilfe. Oh, ne Hexe. Die ist unsichtbar. Oh, vielleicht auch nicht. Aber der Typ möchte so ein richtig fettes Ding killen. Dann lass uns alle jetzt mal zusammen los. Vor allem Nacht ist das super, die gute Idee. Ja, ja, selja. Ich nehm immer den Goldapfel mit. Stein, bist du schon da oben? Äh, ja. Genau, und jetzt kommt der automatisch runter eigentlich. No hate. Der ist gleich hier oben. Der will euch hier alles so zerstören. Ich seh euch jetzt noch und vielleicht seid ihr alle tot. Ich freu mich so krass drauf. Das ist so eine Maschine, der Typ. Der ist so hart verzaubert. Oh, der ist fast unten, der ist fast unten, der ist fast unten. Okay, Leute. Oh Gott, Finale. Alter. Das Projekt ist dann gleich zu Ende, oder? Machen wir ein neues Projekt bald? Bleibt der denn, der Bruder. Guck mal, der ist, was hat denn alles? Webber Sprint Lifestyle Blast Off. Wo bleibt der denn? Der ist hier, der kommt nicht halt durch. Oh, er schießt auf mich. Kollege, ich hab dem nichts gemacht. Ich seh ihn, ich seh ihn. Der ist halt, der kann nicht zerstören, weil der überall Wasser ist. Der enthinkt, glaube ich, fast. Ey, der ist echt super schwer dadurch. Ja, guck. Der tut sich mal, Junge. Was? Ja, Alter. Was ist das für ein krankes Schwert, Alter Klein? Was ist das für ein krankes Schwert? Du musst es dir, wo ist es denn hauen? Der habe ich bekommen von zum Blutbeck. Du musst den hauen, du musst den hauen, weil du hast das krankes Schwert. Ich weiß. Hä, wo ist der Lappen denn? Der hängt dir der zweite Lappen, oder? Baue ich bisschen hoch, baue ich bisschen hoch, baue ich bisschen hoch. Ich hab keine Böcke. Ja, ich mach eine Treppe, ich mach eine Treppe. Weg, 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 weg. Lass den da rausklatschen. Wir haben uns gleich den besten Dungeon ausgesucht. Oh, der Gott. Stegi, geh mal weg. Der ist echt unsichtbar, ne? Kommt durch, lieber? Er ist unsichtbar. Manchmal ist der unsichtbar. Eine Treppe ist auf jeden Fall am Start. Oh, was ist das denn? Wie viel Herzen hat der denn, der Typ? Ja, ich mein doch, der ist OP. Er ist einfach von einer anderen Seite an. Sehen halt ich mal. Boah, wo ist denn der? Was? Lass einfach unter dem mal fragen, ob der aufhört. Warte, ich schieße mal ein Pfeil auf ihn. Au. Nee. Okay, wenn... Der macht ein halbes Herz, wenn du... Wenn er schriftst. Macht ein halbes Herz, macht der, äh, Backstack bist. Weckst dann. Ja, Digga, das können wir vergessen. Kriegen wir niemals down. Hä, natürlich, warum nicht? Wie, einfach alle mal drauf. Der halbt sich ja direkt, guck mal. Und der macht mir auch ein halbes Herz schaden. Ich kill ihn, glaub ich gerade. Boah, Alter. Absolutes Viech, das... Hast du gerade gesagt, du killst ihn gerade? Ich glaub schon, ja. Der Stegi kämpft gerade gut hier oben. Alter, der hat so viel Herzen, ja. Digga, der hält sich direkt wieder hoch. Der hält sich direkt wieder hoch. Den kann ich vergessen, den kann ich vergessen. Guck dir das an. Vor allem ist er halt unsichtbar, das check ich nicht. Ja, das Problem ist, es ist kein normaler Trauer-Golem, es ist auch ein verzauberter Trauer-Golem. Ja, ja. Also, das kann ja immer zuver... Oh Gott, Alpherschein, red rein, Alpherschein, dass es down geht. Also, nein, es erfindet. Boah, shit. Oh, ich werde ruhig mehr sofort, Alpherschein, ich werde ruhig mehr sofort. Digga, Stegi, du machst keinen Schaden bei dem, oder? Nee, aber will ich ja auch nicht. Ich bin schwer, ich treff an. Ich treff an. Was hielt sich, Tobi? Das Ding ist, der hielt sich halt direkt wieder hoch, ne? Ja, äh, Felix, ich weiß nicht, ich glaub, ich bleibe einfach hier. Der ist halt so weggepackt, dieser Typ. Haben wir den schon mal irgendwie Schaden gemacht? Nee, ne? Der hält sich... So, er hält sich, er hält sich. Er hält sich halt wieder hoch, er hält sich halt wieder rein, weil... Er macht, er hat mir gerade, dein Herz, einen Schaden gemacht auf einen Schlag. Können wir den überhaupt töten? Nee, den kriegen wir nicht tot. Nicht jetzt. Flash, kein Spaß. Oh, Alter, ich bin fast wieder draufgegangen. Ich bin raus, ey. Ja, ich würde sagen... Wir müssen, wir müssen in den nächsten, wir müssen in den nächsten Folgen... Mega-Finale. Alter. Das ist das Ziel von dem Projekt, einfach den Bolem zu töten, einfach. Hier nebenan ist das Dorf, lass das Dorf, sonst können wir uns da in ein Haus stellen, dann sind wir wenigstens safe, wenn wir wieder einloggen. Also, ihr habt's, Simon, gehört. Ich glaube, dass wir das Ding nicht down bekommen, zumindest heute nicht. Irgendwann vielleicht, aber nicht heute. Ja, komm mal her, hier. Der war viel zu OP. Oh mein Gott, was für ein Riesendorf das ist, was für ein Riesendorf das ist. Leute, ich hab ein Lootback gefunden, war einfach ein Brot drin, richtig geil. Das ist hier eine Katze. Subway-Tüte. Okay, Leute, das war's für diese wunderschöne erste Folge von Minecraft Link. Wir haben auf jeden Fall schon mal einen richtig schönen ästhetischen Friedhof. Wir haben auf jeden Fall drei Tode zu vermelden, beziehungsweise zwei Alterschein. Ich hab mich schon gelootet, Uge. Äh, Felix. Ja, ja, ich liebe. Was, Uge? Ich erinnere nochmal gerne daran, meine Freunde. Das hier ist, wie gesagt, die Folge von dem Zwölf-Stunden-Stream von mir. Also, checkt den auf jeden Fall aus. Link ist in der Videobeschreibung, gewiss Bescheid. Auch nur zwei Stunden. 18 Uhr geht's los. Halt die Fresse, Simon. Das war's. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschau. 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 Tschau.